So, willkommen zurück zu Let's Play League of Legends mit dem Schwager. Ja, da habe ich den letzten Schwager. Und... Wie war das jetzt wieder mit dem Pantheon? Ich habe schon lange nicht mehr mit den Zockt-Stiefeln. Und jetzt merke ich dir mal das dann um. Na, klopft, der bist wir. Da ist einer. Eins, zwei, drei, vier. Auch der fünfte ist da immer noch. Ach so. Na, schauen wir mal. Jetzt wird bestimmt der Supporter unten, Donuts auch. Da wette ich mit dir. Glaubst du nicht, dass es dann noch so zack wird? Wen haben wir da? Oh, nein, den Chinesen. Große fix. Und? Was ist denn? Ich glaube, das ist kein Supporter. Ich weiß es nicht. Ich kenne den Kampff. Ich glaube, irgendwas. Naja. Nein, wir werden auf jeden Fall wieder zack. Drecksau. Oh, Alter. Wieso zeigt man da gleich so viel ab? Oh, cool. Komm schon, gleich nochmal. Gleich nochmal, ich mach's dir hier, komm. Komm schon. Man schafft schon. Oder? Na, da geht er drauf. Sein Vollidiot. Na, verging. Oh, ja. Immer diese Legs. Gut. Ich kann eigentlich so immer bloß mein Speer schmeißen, also am Anfang. Ja, das ist ja Nahkämpfer, der Typ. Aber die andere, glaube ich, jetzt. Ich schaue mich für mal der Optik. Das ist wahrscheinlich bloß Auto-Hit-Gwin. Nein, oder? Nein, ich glaube, das ist schon eine Attacke. Aber ich glaube, das ist bloß Auto-Hit. Der kann ja nie so viel abziehen. Werden da auch gehört. Gab ich schon. Ich bin nur zwei Mal und die bin weg. Na, also... Manchmal kapiert es echt nicht. Ja, komm, her, du. Achtung. Alter. Das ist Wahnsinn. Oh, ich habe kein Moner. Schlechter. Ja, Turm. Boah, der hat viel Uhrzüngen. Den hast du jetzt echt festhalten müssen. Ja, kein Moner. Scheiße. Ja. Ja. Jawoll. Jawoll. Und trotzdem, Moner, aber... Good job. Komm, ein zweites Mal, Monzana. Ich bin schon auf dem Weg. Wo mir eigentlich da bloß Affe setzen, Affe. Der hat sich teleportiert. Ah, der ist im Busch. Scheiße. Weg, 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 weg. Ah, jawoll. Knapp ein Nudel war das. Ein Nudel. Ah, okay, Moner. Scheiße. Mir das gleiche. Lucian, recall. Lucian, du bist zum recall. Wenn man das verstehe. Ja, recall ist bei dir, ist der Scheiß. Ja. Ja, schau doch im Chat. Okay. Ich hab halt kein Monat, das ist so übel. Kann ich da mal mein Speer schmeißen. Ich hab' mir mal weg. Ach, ich hab' 1000 Gold, ich pop' mir mal weg. Kannst du doch was Schönes geben. Ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Okay. So gut, dass ich da mal blocken kann. Ich springe mal auf die drauf. Ja, nicht so gut. Ja, dann renne ich wieder weg. Wuuuuh, weg, weg, weg. Die Bauf Troma. Oh, top, schau gut aus. Wieso kann ich da nicht springen? Warte, ne, da ich schnappe immer. Ah, da fühlst du es langsam. Heute Ehren, heute Ehren. Oder? LOL! Lass mir nicht ins Messer ein. Boah, Mann, ich... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Der Atacke ist übel. Ich schmeiß dir einfach mal ein paar Meter zurück. Das ist bloß Autohit. Klammer's. Man kann sie unsichtbar machen, was nur alles. Das ist Autohit. Klammer's. Jetzt der stirbt, aber... Ich sag nix mehr. Ich sag nix mehr drauf. Ich sag nix mehr drauf. Ich sag nix mehr drauf.